Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dragons Dogma. Ähm, na komm, nimm mal mit. Wasserenzchenblatt. Wasserenzchenwurzel. Wollt ihr das nicht mitnehmen hier, Wasserenzchen? Kommt, mach doch mal. Ich möchte das nicht alles alleine tragen. Oh, hier kann man noch schürfen. Dann schürfen wir mal ein bisschen. Silbererz, ne? Will noch jemand schürfen? Alles muss ich allein machen. Nochmal Silber, ne? Schürfen, Leute. Schürfen, schürfen. Haben alle keine Lust. Dann hole ich mir das ganze Silber. Und teile es dann bei Gelegenheit auf. Glaubt nicht, dass ihr hier einfach so davonkommt. Ihr werdet das alles tragen für mich. Also ich möchte hier nichts übersehen. Da konnten wir nicht runtergehen vorhin. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich möchte auch mal hier ein bisschen gucken. Ob hier auch irgendwas passiert ist. Ja, ist. Ist definitiv. Also unter mir scheint alles trocken zu sein. Jetzt. Ich bin so ein bisschen am überlegen, ob ich hier jetzt runterspringe. Oh. Foliant. Pfad des Winters. Ja. The winter is coming. Okay. Jetzt geht hier noch weiter runter. Genau, let's have a look. Strategien. Äh. Cyclops 2. Sammeln, sammeln. Ja, hier dürft ihr gerne sammeln. Fleißig sammeln. Genau. So, das war's mit Skeleton Mage. Was ist hier oben? Hartknollentunkel, war gut. Bin ich ganz schnell wieder überlastet. Aber egal. Äh, treasure perhaps. Kümmerst du dich mal lieber um hier den Magier? Ich hab's gemacht. Ein Skeleton Mage. Wir müssen nach Hause bleiben. Was ist ein Knoll? Mit heiligem Licht. Und was liegt hier, ne? Achart. Ein Achart. Hä? Ich hab' deinen Weapon mit heiligem Licht. Oh. Den hab' ich nicht gesehen. Auftrag gemeistert. Und ich bin extrem überladen, wie ich gerade sehe. Das heißt, ich muss ins Inventar. Ja, schaut euch das mal an. So. Im. Übergeben. Ich werd' das jetzt einfach mal ein bisschen aufteilen. So, Kupfererz. So, Saja. Hier das Silbererz. Kommt Frankie. Komplett. Sehr schwer. Was, was hab' ich denn so schweres mitgenommen? Uraltes Erz. Fahrt des Winters. Ein Leitfaden der Magie von einem längst vergessenen Autor. Hm. Im Wohnt eine Kraft inne. Magischer Gegenstand. Aha, Wasserinzernwurzel. Extrem schwer. Hartknollentunke. Ja, man muss sich echt überlegen, was man so alles aufhebt. Aber irgendwas muss ich auch noch unbedingt mit meinem Charakter anstellen, dass er ein bisschen mehr tragen kann. Weil ich trage sowieso immer sehr viel. Also muss ich irgendwas tun, um das zu verbessern. Totenschädel? Wieso habe ich plötzlich 60 Totenschädel? Ähm. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich habe gerade irgendeine Quest beendet. Ja. Und ich habe Gold bekommen. Ich hatte nämlich keine 200.000 Gold. Und ich habe wahrscheinlich diese 60 Totenschädel bekommen. Brauche ich natürlich nicht. Wer soll sie bekommen? Hm. So, Brienne ist immer noch leicht. Das ist gut. Ich bin nur noch schwer. Okay. Okay, hier geht es auch irgendwo hin. 60 Totenschädel. Was soll ich mit 60 Totenschädeln? Es sei denn, man braucht die Spiele dafür. Irgendwas. Oh. Ha, ha, ha. Eine Truhe. Altartafel. Phantasm. Phantasm? Wo denn? Mhm. Aufstieg. Rien. Heilbrunnen. Heilbrunnen. Das darf irgendjemand nehmen. So, einmal kurz auf die Karte schauen. So, der Orientierung halber. Der Wassergrund. Okay, Schalter. Hier waren wir noch nicht. Nicht Erdgeschoss. 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 Unter. Erstes Untergeschoss. Mhm. Oh. Voll erschrocken. Tausend Fledermäuse. Und jetzt bin ich... Jetzt bin ich wieder... Ah, oh. Oh, ah. Altartafel. Eine habe ich schon eben mitgenommen. Was haben wir hier? Seelenheil. Und Eilgebäu und so weiter und so fort. So, ich habe ja schon eben eine Altartafel mitgenommen. Und die sollen ja so schwer sein. Uh. 9,5. Das ist wirklich nicht so leicht. 9,5. Okay. Übergeben an... Na gut, wenn jeder eine trägt, müsste es ja gehen, ne? So, Sire, du bekommst eine Altartafel. Das geht doch. So, Hartknollensaft, Algebräu, etc. lasse ich hier. Ja. Okay, wir müssen, glaube ich, wohl nochmal runter. Zwei Tafeln haben wir. So, hier kamen wir vorhin her und ich wollte eigentlich noch was anderes checken. Und zwar die Leiter hier rauf. So, hopp, hopp, hopp. Da, das wollte ich nämlich. Und, oh, überladen, yeah. Das haben wir gern. So, übergeben an Frank. Mittel. Ach, hier ist nix. Frank ist jetzt Mittel. Ich bin sehr schwer. Okay, ich übergebe an Brienne. Die ist jetzt auch Mittel. Und eine werde ich wohl selbst tragen müssen. Aber erstmal müssen wir sie finden. So, hier ging es noch weiter, richtig? Oh. 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 So, das war's. Was ist Mad with Rage? So, Beast Steak, grober Knochen, unförmiges Auge. Oh, das ist alles schwere Sachen, ne? Beast Steak. Wasser in Sian Blatt. Francis Kraut. Also, hier geht's irgendwie noch weiter runter, ins Wasser. Ich weiß allerdings nicht, wie tief das Wasser ist, deshalb... Es scheint mir tiefer zu sein, als man denkt. Ich werde also auf gar keinen Fall da runterhüpfen. Ich denke mal, das wäre tot. Ah, und? Die vierte? Hm. So, damit sind wir jetzt alle schwer bis... Naja. Sia ist leicht beladen. So, wie viele Altartafeln müssen wir denn insgesamt finden? Sind wir durch, möglicherweise? So, hier dürft ihr klopfen, wenn ihr wollt. Ich gehe mal kurz zu den Aufträgen. Banditen kennen keine Ehre, nein. Ja. Das Böse unter der Erde. Da. Und da sucht dann Jeans Stelle die Ruin und bringt Haslet jedes Schieferstück, das ihr findet. Vier von fünf. Das heißt, irgendwo ist noch eine versteckt. Irgendwo ist noch eine versteckt. Fünf Stück. Ja, das Ganze wird ja doch ein bisschen schwer jetzt, ne? Genau, Brienne. Ne. Lass mal das Kupfererz. Okay. Gut. Gucken wir uns noch mal die Karte an. Wo könnten wir jetzt noch suchen? Erstes Untergeschoss. Hm, hm, hm. Nee, ich glaube ich hier nicht. Ich glaube hier nicht. Ich glaube hier nicht. Ich komme mir gerade so ein kleines bisschen vor wie bei Zelda. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie. Oh. Da ist auch noch mal eine Kiste. Aber, hm. Die sieht nicht so aus, als wenn da jetzt so eine Altarplatte drin sein würde. Aber, wie dem auch sei, die Kiste will ich haben. Wunderelex hier. Ah, ich will hier rauf. Geht wahrscheinlich nicht, ne? Wo denn? Wo denn? Ah, haben wir sie alle? Yes, wir haben sie alle. Jetzt sind wir wieder über... Okay, nur sehr schwer. Okay, das heißt, wir haben sie alle. Harter Knochen. Ja, nimm ihn mal mit. Nimm mal mit den harten Knochen. So, gut. Wir haben die Altartafeln. Alle. Und wir können uns sogar noch bewegen. Yay. Yay. Hier müssen wir jetzt nicht drauf. Da waren wir ja schon mal, ne? Ja, da waren wir schon mal. Aber, um das Ganze jetzt quasi noch mal zu kompletieren, möchte ich, ne, hier möchte ich nicht hin. Ich hab's auch noch eine kleine Abzweigung. Die war aber nicht hier. Ah, ich weiß. Die Treppen. Die Treppen. Da, wo der erste Hebel war. Hier. Hier werden wir uns auch noch mal vergnügen, Leute. Donnerschlag. Okay. So. Da lang. Ich hab' einen Blick. Da sind nämlich jetzt gleich die ganzen... ...Echsen. Die will ich aber auch noch mal alle... Oh, oh, oh. Bin ich hier mitten in der Mitte? Oh, oh, oh. Du hast noch ein стиль. Oh, oh. 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 Oh, oh. Hold it. Oh, oh. Derali ist eine S-File. Wir brauchen S-File. Oh, oh. 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 Genau, wir haben triumphiert. Das stimmt. Das war interessant. Gib es mir. Was ist das? Genau, Brianne. Mach das mal. Ich nehme das. So, das wollte ich nämlich auch noch alles haben. Panzerhandschuhe. Ich nehme alles mit. Okay. So. Da haben wir jetzt aber gut geplündert, ne? Sehr schwer, schwer, schwer. Nur Sire ist noch ein bisschen leicht, aber okay. Mädchen müssen auch nicht so viel tragen. Außer Brianne. Ja? Das sah sich hier fast... Hat sich hier ein bisschen angehört, als wäre ich hier noch irgendwo... Hier sind doch noch mehr von denen. Irgendwas haben wir doch bestimmt verpasst. Na gut. Nicht weiter tragisch jetzt. Jetzt gehen wir mal diese fünf Steinplatten ab. Und dann gucken wir mal, ob es das dann gewesen ist hier. Oder ob wir hier bei diesen Tempeln noch was anderes machen sollen. Oder nur halt diese blöden fünf Steinplatten. Rausholen. So, zack, verlassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, ob er jetzt sagt, okay, auf den Steintafeln steht jetzt... Es gibt einen geheimen Hebel. Und wenn du den umlegst, bekommst du das Mega-Artefakt des Wassergottes. Nein. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber ich glaube, so insgesamt haben wir ganz gut hier Sachen gefunden. Also wir haben doch einiges an Gegenständen. Gegenständen bekommen. Genau, alle Einzelteile und so weiter. So, hier, ähm... Ja, hier, hast du. Zack. Überreichen, ja, bitteschön. Na, was steht denn drauf? Ich werde nicht resten, bis seine Sinn bezeichnet wird, Sir. Für den Sinn von Bruder Jean. Oh nein. Na, gut. Na, gut. You have my thanks arisen. I shall break the sad news of Bruder Jean's sacrifice to Father Jeffrey myself. It was no fault of yours, Sir. You've done your duty by us well, as the Father shall hear. Pray, do not let it weigh upon your heart. Go and tell Sir Maximilian of our success. Das endet unsere Aufgabe. Willst du zu Grand Sorum? Das endet unsere Aufgabe. Willst du zu Grand Sorum? So, Brienne, was sagst du? Das endet unsere Aufgabe. Willst du zu Grand Sorum? Nach Grand Sorum? Und, ja, dort treffen wir uns dann wieder, ne? Von daher, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.